Sie hören Charlie und Gray. Zeit für Wunder. Von Kirsten Greco. Gelesen von Denise Montero. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1. Wunder. Pah! Der Bildschirm erlosch, die Fernbedienung landete auf dem Sofa. Wunder sind was für Waschlappen. Gibt's nicht. Der Achtjährige mit dem flachsblonden kurzen Haar schob trotzig die Unterlippe vor, so wie immer, wenn er wütend oder traurig war. Gerade schien beides zuzutreffen. Benny! Charlotte sah ihren Sohn erschrocken von der Seite an. Hat dir der Film nicht gefallen? Das Wunder von Manhattan. Letztes Jahr hatte Ben gar nicht genug davon bekommen können. Immer wieder wollte er die Geschichte von Susan sehen, die zum Schluss an Santa und an Wunder glaubte. Und nun das? Scheiß Film. Benjamin. Sie rückte neben ihn, legte die Fernbedienung auf den Tisch und schob den Arm um die schmalen Schultern. Du weißt, ich mag das S-Wort nicht. Irgendwann musste es ja kommen. Santa, goodbye? Sorry, Mom, aber ist doch wahr. Wenn es Wunder gibt. Er hielt inne und rieb sich erbos durchs Gesicht. Himmel, waren das Tränen? Ging es gar nicht um Santas Existenz? Was war denn los mit ihrem allzeit fröhlichen, unbekümmerten Sohn? Wenn es Wunder gibt, was dann, Benny? Hakt er sie nach. Gibt's eben nicht, polterte er los. Ich will keine Geschenke mehr zu Weihnachten. Aha. Daher wehte der Wind. Charlotte seufzte. Die verfluchte Lego-Eisenbahn. Selbst dafür hatte es letztes Jahr nicht gereicht. Wie gern würde sie ihm den Wunsch erfüllen, doch dieser dämliche Bausatz, samt Schienen, Motor, Batterie und was zum Teufel sonst noch dazugehörte, sprengte ihr Budget. Auch dieses Jahr. Benny versuchte sie es vorsichtig. Santa legt dieses Jahr bestimmt etwas unter den Baum. Falsch, Charlotte. Mach deinem Sohn keine unnötigen Hoffnungen. Natürlich gibt es Wunder, fügte sie lauter als nötig hinzu. Wem machte sie hier eigentlich etwas vor? Ob man sie herbeireden konnte? Wenn man oft genug davon sprach, fielen sie dann vielleicht einfach vom Himmel? In Form von Dollarschein vorzugsweise? Die Eisenbahn steht an dritter Stelle, Mom, kam es von links. Na prima. Was denn noch? Ein Computer? Playstation? Was ist denn Nummer zwei? Nach Nummer eins fragte sie lieber nicht. Mom! Nun war er richtig entrüstet. Er schob ihren Arm zur Seite und rückte bis zum Sofaende. Wir haben noch nicht einmal einen Weihnachtsbaum. Einen richtigen, meine ich. Den zum Zusammenstecken finde ich... Er schlug sich die Hand vor den Mund. Sorry, der ist blöd. Der ist doch noch von Granny, Ben. Das Argument zog eigentlich immer. Was von Granny kam, war gut. Immer. Stimmt gar nicht. Der im Fotoalbum ist echt. Eigentor. Charlotte stöhnte. Das Foto vom letzten gemeinsamen Weihnachtsfest vor sechs Jahren. Ben war damals gerade zwei Jahre alt gewesen und erinnerte sich natürlich nicht mehr daran. Aber in den Alben blätterte er gerne und oft. Ob Ben sich überhaupt an seine Großmutter erinnern konnte? Sicher, er wusste, wie sie aussah. Ausgesehen hatte. Im Grunde genommen sah er sie täglich vor sich. So wie sie selbst, wenn sie vor den Spiegel trat. Sie war ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Knapp unter 1,65. Mollig, große Oberweite, blonde, lange Haare, blau-graue Augen. Lizzie hatte mit 45, kurz vor ihrem Todestag, noch fast so ausgesehen, wie sie selbst heute mit 24 Jahren. Auch Ben hatte die markanten Züge seiner Großmutter geerbt. Von Haar- und Augenfarbe bis zur spitzen Nase und den vollen Lippen, die er gerade schmollend zusammenpresste. Doch die Fotos wurden dem übermütigen Funkeln von Lizzies Augen kaum gerecht. Und ihr großes Herz wurde vom Fotopapier ebenso verschluckt. Der 18. Dezember. Charlotte kämpfte die Tränen nieder, die sich hinter den Lidern beißend bemerkbar machten. Vielleicht war das der Stein des Anstoßes gewesen. Deshalb Bens Wutausbruch? Angestrengt heftete sie den Blick auf die schwarze Mattscheibe, die vor ihr verschwamm. Ben fieberte seit Tagen ungeduldig dem Moment entgegen, an dem er Granny endlich von den Ereignissen der letzten Monate erzählen konnte und sie ihm antworten würde mit ihrer warmen, tiefen Stimme. Der 18. Dezember. Natürlich würde sich Mom auch heute wieder melden, so wie jedes Jahr an ihrem Todestag. Heute vor vier Jahren hatte Lizzie das erste Mal mit ihm Kontakt aufgenommen. Exakt 365 Tage, nachdem sie in ihren Armen einfach eingeschlafen war. Ein Jahr, nachdem eine blöde Grippe zur Lungenentzündung geworden war. Charlotte hatte vor Schreck die Kaffeetasse fallen lassen, sich gut zehn Minuten lang die Ohren zugehalten und gehofft, dass die Stimme verstummte. So lange, bis der damals vierjährige Ben glucksend an ihrem Shirt gezogen hatte. Granny ist da! Seitdem kehrte Moms Stimme pünktlich am 18. Dezember zurück und am 1. Januar schwieg sie wieder. Charlotte fasste ihren Sohn ins Auge. Ein Weihnachtsbaum also. Ja, stimmt. Der auf dem Foto ist echt. Aber der zum Zusammenstecken ist dafür viel... Künstlicher? Charlotte atmete tief durch. Gerader. Und er gehörte wirklich Granny. Riesig ist der. Sie wollte ihm nicht schon wieder mit dem leidigen Geldthema kommen. Das hörte Ben ohnehin schon viel zu oft. Der riecht doch gar nicht. Bei Jessie gibt es schon seit Thanksgiving einen Baum. Einen echten, fügte er lauter als nötig hinzu. Here we go again. Natürlich gab es bei Bens Klassenkameradin sicher mindestens seit Thanksgiving einen richtigen Tannenbaum. Wahrscheinlich einen knapp drei Meter hohen, mit unzähligen glitzernden Lichterketten. Wer weiß, Ben. Vielleicht gehen ja deine Wünsche doch in Erfüllung. So wie bei Susan. Sie schielte auf die graue Mattscheibe. Verdammt. Sie redete sich um Kopf und Kragen. Aber sie brachte es einfach nicht fertig, Ben seiner kindlichen Begeisterungsfähigkeit zu berauben, seiner Hoffnungen und Träume. Wunder. Plural. Sie brauchte nicht nur eins, das Dollar vom Himmel regnen ließ. Nein, auch eins, das Weihnachtsbäume echte selbstverständlich herbeizauberte. Was ist denn Wunsch Nummer eins? Charlotte hielt die Luft an. Ben rückte ein Stückchen näher und strahlte sie an. Ein Dad natürlich, weißt du doch. So, dieses Wunder viel garantiert nicht vom Himmel. Charlotte biss sich auf die Unterlippe. Ähm, wir haben es doch so schön zusammen, mein Kleiner. Ich bin nicht dein Kleiner. Natürlich nicht mein Großer. Scheiße. Das S-Wort denken war okay. Lizzie wäre schön, wenn du dich jetzt auch mal zu Wort melden würdest. Letztes Jahr warst du pünktlich zum Frühstück da. Sie sah auf die Uhr. Gleich zwölf. Noch drei Stunden, dann musste sie los. Im Dezember herrschte im Diner täglich Hochbetrieb. Ob die Menschen kurz vor Weihnachten immer besonders viel Hunger hatten? Wahrscheinlich. Bettys Mac and Cheese waren pure Nervennahrung. Balsam für die gestresste Weihnachtsseele. Wie wär's mit einem Sandwich? Komm, Ben, wir zaubern uns was Leckeres. Sie straffte entschlossen die Schultern. Na gut, Mom, vielleicht hab ich ja Glück. So wie Susan. Ergriff nach der Fernbedienung. Hervorragend. Ben vergaß weder Wünsche noch Wunder. Nun, da er sie formuliert und nummeriert hatte, schien er seine Zuversicht wiedergewonnen zu haben. Vielleicht, murmelte sie, man weiß ja nie. So sehe ich das auch. Die dunkle, warme Stimme kam vom Sessel neben ihnen. Granny! Ben sprang auf und begann, vor dem Sessel auf- und abzuhüpfen. Dieses Jahr geschehen.